Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einer kleinen Erinnerung. Und zwar wollte ich euch einfach nochmal mitteilen, dass der Gammelsohntag heute live stattfindet auf meinem Livestream bei Twitch.tv. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aus dem Grund, weil wir ja Spenden sammeln für Save the Children, Gaming for Good, und weil wir einfach Athene unterstützen, der sich aktuell in Äthiopien befindet und dort wirklich, wirklich gute Arbeit leistet, um Spenden aufzutreiben, um ein paar Interviews zu führen mit den Kindern vor Ort und so, wo das Geld hinfließt und einfach noch ein bisschen Transparenz schaffen will. Und ich will das unterstützen. Wir haben am Freitag schon ein bisschen Livestream gemacht, ein bisschen Spenden gesammelt. Und wir streamen heute von 14 Uhr bis Open End. Also, ich denke mal, es wird schon ein bisschen den ganzen Tag dauern, bis heute Abend eben. Und wir schauen einfach, ob wir noch ein paar Spenden zusammen kriegen. Wir gammeln ein bisschen zusammen. Vielleicht zocken wir mal ein bisschen was zusammen. Schaut einfach rein, wenn euch langweilig ist. Oder wenn ihr am Sonntag irgendwie ein Moonboon braucht, damit ihr euch nebenher berieseln lassen könnt. Keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. 14 Uhr, Twitch.tv, Link unten in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.